Das ist eine der gehyptesten Marken 2022. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, Freunde. Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt, ein bisschen Make-up in mein Gesicht zu bringen, ohne dass ich weiß, was da auf uns zukommt. Ich habe ein Paket von Typology bekommen. Kein bezahltes Video, ich habe nur die Produkte bekommen und habe so etwas selten gesehen und bin sehr gespannt, wie das Ganze perfüren wird. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ich hoffe, es geht euch gut. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Wie eben schon gesagt, ich habe sehr, sehr viel über diese Marke gehört und ehrlich gesagt noch gar keine Schnittfläche mit dieser Marke persönlich gehabt. Ich habe es immer nur auf ein paar Webseiten gesehen und dachte, ja, sieht ganz schick aus. Aber dann kam das Paket an und dann dachte ich mir, das könnte was Spannendes sein. Falls ihr Typology nicht kennt, Typology ist bekannt aus der Vogue, aus Marie Claire und aus der Cosmopolitan. Und ich gucke mal, was Typology eigentlich sein soll. Das weiß ich nämlich nicht. Typology ist eigentlich eine Skincare-Brand aus Frankreich, die aber auch Make-up hat. Also heute geht es da einfach um Make-up. Und die ist zusammen mit Hautpflege-Expertinnen erstellt worden, ohne verdächtige Chemikalien. Natürlich aktive Wirkstoffe. Also das Ziel so ein bisschen von der Brand soll es sein oder sie entstanden aus Skincare und haben jetzt gesagt, okay, komm, dann machen wir Make-up. Das Ganze ist nicht so günstig, wenn ich mich recht erinnere, aber auch nicht so teuer, wie man vom Branding denken würde. Wir sehen bestimmte Produkte und wissen schon, alleine vom Blick auf das Produkt, das ist teuer. Das Produkt oder die Produkte kommen alle in so einem Glasflakon. Es sieht sehr, sehr clean und sehr aesthetically pleasing aus. Geht so ein bisschen in die Apotheker, alte Apothekerflaschen und sehr, ja, sehr minimalistisch. Spricht mich persönlich sehr an. Wir haben Serum Foundation, wir haben Blushes, wir haben Concealer, wir haben was für die Lippen. Und wir probieren das Ganze etwa mal aus und schauen, ob der Hype gerecht ist. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, das Video entsteht nicht in Zusammenarbeit mit Hypothalysis. Sie haben mir nur die Produkte zur Verfügung gestellt und ich dachte mir, okay, wir probieren es einfach mal aus, weil ich glaube, es ist wichtig, dass ich euch sehr, sehr viel berichten kann über, was gibt es gerade in der Make-up- und Skincare-Welt. Und gerade, weil sich dieser Trend ja auch dahin entwickelt, dass wir sagen, okay, wir wollen Make-up und Pflege so ein bisschen ineinander überbringen lassen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Und so kann ich dann auch schon, ob ich vielleicht ein paar Tubes für euch finde. Ich habe noch nichts im Gesicht und ich wollte mit euch erstmal so ein bisschen schauen. Das sind die beiden Serum-Foundations. Coverage, eine leichte Coverage, 99% Inhaltsstoffe, die natürlich gewonnen wurden. Mit Vitamin C, Olivensqualan und Aloe Vera. Also wirklich, Skincare ist made in Frankreich und ist, glaube ich, auch eine Indie-Brand. Also sie gehört nicht zu irgendeiner anderen Marke. Ich swatch mal mit euch. Ich habe hier einmal die 001. Die Shade-Range ist okay. Es gibt drei, sechs Farben, die wirklich aber von sehr hell bis recht dunkel sind. Dadurch, dass es ein Skin-Tint ist und eigentlich nur so ein Hauch sein soll, gleicht sich das so ein bisschen an. Ich zeige euch jetzt mal Farbe 1 und Farbe 2. Ich glaube, wir mischen beide so ein bisschen, oder? Das kommt immer am besten. Das Ganze soll recht lange halten, eine natürliche Coverage haben und ich gebe mir das Ganze so ein bisschen auf meine Mischplatte. Übrigens, ich empfehle euch wirklich, schaut mal bei Magiamo vorbei, meiner eigenen Brand. Da findet ihr diese Mischplatten auch und ihr könnt so sehr hygienisch arbeiten. Das Ganze kommt auch noch mit einem Spatel. Den habe ich jetzt hier aber gerade nicht vor mir liegen und ich mische mir jetzt erstmal die perfekte Farbe. Das Ganze kommt in einer Glaspipette und dosiert immer so ein Tropfen. Also man kann nicht zu viel Produkt hier rausholen. Ich mische mir das Ganze einmal zusammen. Schau mal. Ja, ich weiß nicht, vielleicht oxidiert sie noch ein Stück. Wir nehmen erstmal eine kleine Menge. Sie riecht nach nichts. Es sind also keine auffälligen Duftstoffe mit drin. Ich glaube, es sind gar keine Duftstoffe mit drin. Ich blende mir das Ganze erstmal mit einem Foundation Brush ein. Ich bin ja ehrlich mit euch. Ich liebe im Moment diese leichteren Produkte. Normalerweise dachte ich immer, das ist eher etwas für den Sommer. Aber ich mag es im Moment ehrlich gesagt lieber. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht einfach, weil ich... Das klingt ein bisschen doof. Aber ich bin so an dem Punkt angekommen, dass ich das erste Mal über mich selber sagen würde, ich bin jetzt erwachsen. Es klingt ganz verrückt. So in manchen Sachen absolut gar nicht. Da bin ich noch total grün hinter dir. Und ich finde es fahrlässig, mich in die große, weite Welt zu lassen. Aber so beim Thema Make-up und auch so, wie ich mich im Moment anziehe, wenn ich unterwegs bin, das ist schon sehr Daddy-lastig. Also ich habe jetzt eine Fleece-Jacke und Chelsea-Boots und eine Chino-Hose. So Dad-Vibes kommen darüber. Aber und das probiere ich so ein bisschen mit meinem Make-up jetzt auch wieder zu spiegeln, dass es einfach etwas leichter und etwas erwachsener wird. Die Deckkraft ist wirklich gut. Also mit dem Pinsel funktioniert. Ich gehe jetzt mal mit dem Beauty-Schwamm einfach nochmal rüber und blende mir das Ganze ein und dann hole ich euch sehr nah ran. Und hier könnt ihr einmal meine Haut sehen. Hier einmal komplett ohne alles. Wir haben so ein paar Unebenheiten. Wenn ich auf die andere Seite gehe, man sieht tatsächlich noch so ein bisschen die Augenschatten durch. Aber sie hat sich, das ist ganz spannend, weil also vom Feeling her würde ich sagen, merkst du nicht, dass du jetzt Make-up im Gesicht hast. Natürlich, die Textur ist sehr, sehr leicht und das ist wirklich wie so ein Hyaluronsäure-Serum, was du eingearbeitet hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das sehr, sehr gut mit den Händen einarbeiten kann. Ganz kurz, ich wurde neulich gefragt, warum ich das nicht mache und immer sage, ich habe einen Bart. Wenn ich das mit den Händen verteile, habe ich alles im Bart. Wenn ich mit dem Schwamm arbeite, dann kann ich das so ein bisschen besser dosieren und habe nicht alles im Bart. Ich hole euch aber noch ein Stück näher ran. So, näher geht es Tatsache nicht. Ihr seht es, man sieht tatsächlich nichts, dass ich irgendetwas auf der Haut habe. Hier kommen so ein paar Unebenhaltungen und Rötungen noch durch. Man sieht hier sogar ein Barthaar und hier diese Rötungen. Und jetzt wartet mal, schaut mal. Bleibt mal so lang, so nah dran. So, und jetzt zeige ich euch das mal in einem Close-up. Die Textur ist sehr, sehr leicht. Und jetzt buffen wir einfach mal. Und ihr seht, sie lässt sich sehr, sehr gut mit dem Pinsel verteilen. Und vor allen Dingen, sie gleicht hier auch doch schon so ein paar Rötungen aus. Man kann es natürlich aufbauen. Was ich bei so leichten Produkten immer ganz gerne mache, ist, ich starte mit einem Spot-Concealer. Also, den ich wirklich nur auf die Stellen gebe, die ich ein bisschen mehr abgedeckt habe. Aber sie setzt sich jetzt nicht irgendwie komisch in die Poren oder so. Und farblich passt sich das dadurch, dass es so leicht ist, natürlich auch sehr, sehr gut an. Okay, das Cäsero ist einmal eingeblendet. Ich muss sagen, mir gefällt das Finish auf den ersten Eindruck sehr, sehr gut. Und recht leicht. An manchen Stellen, wie gesagt, hätte ich vielleicht vorher mit ein bisschen Spot-Concealer langgehen können. Das können wir aber im Nachgang auch noch machen. Sie ist sehr, sehr leicht. Und die Haut fühlt sich extrem frisch an. Und nicht so, als müsste ich sie jetzt unbedingt setten. Und ich glaube, das ist der Vorteil, wenn ihr Foundations nehmt, die ein bisschen leichter sind, natürlich. Dann braucht man auch weniger Puder, was man fixieren muss. Die Haut nimmt aber auch schon die Feuchtigkeit auf. Und das ist das, was ich an diesen leichteren Serum-Skin-Tints sehr, sehr gerne mag. Ich habe Tatsache ganz neu, oder recht neu, ich habe die schon recht lange, aber jetzt erst neu wieder für mich entdeckt, diese von Sensai. Die ist schweineteuer und sieht ähnlich aus. Kostet aber, glaube ich, das Dreifache von der hier. Fühlt sich super an. Wir lassen das Ganze wirklich jetzt erstmal eine Weile ungesettet. Es gibt nämlich noch andere Produkte. Und zwar habe ich hier Concealer. Und auch das Packaging der Concealer, das ist schon krass. Das ist nämlich so Zero Waste, wie es eigentlich nur geht. Du nimmst das dann, wenn es leer ist, auseinander. Hast hier eine Aluminium-Tube, die du komplett wieder recyceln kannst. Und eine Kappe aus Kunststoff. Ist wahrscheinlich auch schon recycelt. Das ist schon krass. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und vor allen Dingen ist das hier sehr hygienisch. Also manche mögen das nicht. Ich erinnere mich, der It Cosmetics Concealer hatte ja auch so eine ähnliche Konsistenz, dass man das dann rausdrückt. Wir sind natürlich Tarte Shape Tape verwöhnt unter den Augen. Und da machst du es aber immer wieder rein. Das ist sehr hygienisch. Kleines Storytime zu Hygiene bei Make-up. Du musst natürlich so Hygienetests und Stabilitätstests machen. Und schauen, wie die Keimbelastung bei Produkten in verschiedenen Behältern ist. Und wenn du ein Produkt hast, was halt keine oder auf die überwiegend verdächtigen Produkte verzichtet, wie Stabilisatoren, Kondensationsmittel, dass das alles länger frisch hält und antimikrobielle Inhaltsstoffe, dann musst du eine Verpackung haben, die dafür sorgt, dass das keine Keimexplosion ist. Das ist ganz spannend, wenn man sich da so ein bisschen intensiver mit auseinandersetzt. Wir haben hier einmal die Farbe 1. Die ist recht hell. Die kann ich mir auch gut vorstellen, um die als Foundation zu benutzen, wenn man doch ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte. Ich packe euch nochmal die zwei direkt daneben. Die ist auch wesentlich wärmer. Da könnt ihr es ganz gut sehen. Auch hier, ich mische beide mal so ein bisschen an. Ich bin tatsache jetzt wirklich von der Farbe her genau dazwischen, würde ich sagen. Und das arbeite ich mir jetzt erst mal mit meinem Finger ein. Die Konsistenz ist sehr cremig, also so ein bisschen pastig, aber nicht zu fest. Fühlt sich sehr leicht und auch hier sind keine Duftstoffe, die ich wahrnehmen kann. Sehr, sehr cremig. Ihr seht sofort hier, schaut mal, der Augenring oder das der Augenring? Die Augenringe da auf der Seite und der Concealer nur mit dem Finger so ein bisschen eingekloppt. Bei diesen Texturen bevorzuge ich es tatsächlich auch, mit dem Finger zu arbeiten. Das mache ich ja wirklich sehr, sehr selten, weil ich es hasse, mit meinen Fingern ins Gesicht zu gehen. Ich mag es nicht, wenn man mich im Gesicht anfasst. Und ich mag es auch selber nicht, mich selbst im Gesicht anzufassen. Bei so cremigen Texturen liegt es aber recht nah, das zu machen, weil du einfach mehr Kontrolle hast und durch die Wärme an deiner Hand auch noch ein bisschen mehr Präzision hast. Mit dem helleren Ton, den ich jetzt hier noch am Mittelfinger hatte, gehe ich einfach innen und außen noch mal lang und habe ein Recht. Wow! Das ist sehr natürlich. Es ist so ein bisschen schwierig, mit dem Finger das einzublenden. Ich gehe noch mal mit dem Schwamm hier kurz lang. Aber ich glaube, den würde ich tatsächlich mit dem Finger einblenden. Das Gute an der Verpackung ist, du kriegst hier auch am Ende jeden Tropfen auf. Das ist wie so Zahnpasta, die du dann so richtig runterdrehen kannst. Aber die Deckkraft ist wirklich gut. First Impression, wenn ihr es jetzt nicht wüsstet und ich das Video gestartet hätte und sage, Freunde, hallo, hier bin ich, könnte man auch denken, dass ich sehr viel Zeit in meine Skincare investiert habe. Das ist leicht für meine Verhältnisse. Ihr kennt so meine Zeit noch die Maybelline Superstay Matt 33.000 Stunden Foundation. Die ist sehr, sehr cremier. Er creased so ein bisschen der Concealer jetzt. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel benutzt. Das kann natürlich sein. Der Skin Tint ist aber krass auf der Haut. Wie gefällt es euch bis jetzt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr die Marke ja auch schon getestet. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps oder auch der Community in die Kommentare schreiben könntet. Es gibt auch noch Blushes. Und zwar sind das die Violet Tinted Balms. Das sind drei, vier verschiedene Blushes. Ich zeige sie euch mal in der Farbe, weil die auch sehr, sehr schön sind. Wir haben die 03. Das ist so ein bisschen glossiger. Die 4. Die sieht schön aus. Oh, krasse Farbe. Wow. Hot Red. Die 01 habe ich noch. Das ist ein richtiges Rot. Das andere ist eher so ein bisschen orangelicher. Und wir haben einen Plampton, der so ein bisschen in die Pflaumenrichtung geht. Hier haben wir einmal vier Farben. Tatsache kann man den bestimmt auch auf die Lippen geben. Was mir jetzt gerade einfällt, ist, dass man sich vielleicht so einen Color Corrector damit selbst anmischen könnte. Wenn man ein bisschen von diesem Balsam in den Concealer mischt, dass man wie so einen Pink Under Eye Corrector hat. Das sind schon krasse Farben. Und die sehen auch sehr, 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 sehr glossy aus. Ich glaube, ihr könnt es erkennen. Aber man kann die doch als Blushes benutzen, oder? Ich glaube, wir sind heute mal wirklich ein bisschen mutig und nehmen die Farbe 04. Das ist dieses Orange. Das sieht schon sehr, sehr krass aus. Ich glaube, dass man das auch gut an den Augen oder auf den Lippen benutzen kann. Das ist sehr, sehr pigmentiert. Also deswegen bin ich vorsichtig und tupfe mir jetzt einfach erstmal hier so drei Punkte hin und schau mal, wie sich das Ganze weiter ausblendet. Oh ja, da ist das Pigment. Ich hatte eben, tatsächlich hatte ich eher nur diesen öligen Anteil im Swatch. Aber das ist, what? Moment. Das ist Pigment. Das ist sehr pigmentiert. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz ein bisschen lang. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber, oh, das ist so ein bisschen Sonnenbrand. I love it. Ich glaube, jetzt könnt ihr das ganz gut erkennen. Das färbt tatsächlich sehr stark oder sehr schön diese Foundation so ein bisschen ein. Sodass das wirklich aussieht, als wäre meine Haut orange geworden. Das ist jetzt nicht die klassische Farbe, die meine Haut annimmt. Nichtsdestotrotz sieht das sehr, sehr frisch aus, weil du kaum Produkt wahrnimmst. Der Concealer, muss ich sagen, der creased jetzt ein bisschen. Ich habe ihn jetzt aber auch nicht fixiert. Wie sieht denn das auf den Lippen aus? Die Haut sieht phänomenal aus gerade. Jetzt, wo ich das ein bisschen mit der Textur gespielt habe, würde ich fast sagen, du kannst dir das wirklich zu einem Color Corrector anmischen. Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen von dem Rot. Das ist die Farbe 01. Und den Concealer. Und wir probieren es jetzt mal aus. Hier haben wir wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Fleck. Damit kannst du auf jeden Fall die Farbe schon mal so ein bisschen wärmer machen. Hast einen ganz, 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 ganz anderen Ton. Der ist bestimmt gut unter den Augen. Weil das würde dann so ein bisschen auch das Color Correction Problem lösen. Kommt dem schon sehr nah. Haben wir gerade alle Probleme, die ich jemals mit meinen Augenringen hatte, gelöst? Oder ist das? Man muss dazu aber auch sagen, ich liebe es auch mit Make-up einfach zu spielen. Und das mache ich im Alltag halt nicht so oft. Schaut mal. Auf die Entfernung habe ich jetzt ein... Also du siehst jetzt das Lila an meinen Augenringen nicht mehr, ne? Weil sich das jetzt alles sehr, sehr schön miteinander verbunden hat. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mache jetzt mal ein bisschen mein Make-up fertig. Ein bisschen Contour, ein bisschen Cream Bronzer. Das habe ich jetzt hier nicht. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an mit dem fertigen Ergebnis. Hat jetzt nicht lange gehalten. Hier immer im Schnelldurchlauf. Ich habe jetzt mal ein bisschen Puder unter meine Augen gegeben. Weil eben hatte ich so ein bisschen den Eindruck, es ist vielleicht doch ein bisschen rosa. Jetzt, wenn ich das aber gesettet habe... Du siehst ja nichts mehr durch von den Augenschatten. Ich sehe aus wie 17. Ich habe immer Angst, dass wenn ich was Gutes sage, dass dann... Hey, das ist aber... Das ist doch doof. Ihr seht ja, wie das Produkt am Ende hier ist. Und ich bin zu doof, um Videofilter hier für die YouTube-Videos zu benutzen. Es sieht sehr, 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 sehr schön aus. Kleinen Verbesserungsvorschlag vielleicht mit dem Concealer. Der ist mir persönlich ein bisschen zu flüssig. Der könnte noch ein Stückchen fester sein. In Kombination mit diesem Blush oder diesem Tinted Balm, was auch immer das ist, sieht das Ganze aber sehr, sehr flawless unterm Auge aus. Und bedenkt bitte, dass ich noch keine große Menge an Puder benutzt habe. Wenn ich jetzt noch eine Baking-Schicht drunter setzen würde... Wir können uns das Ganze mal gemeinsam anschauen. Dann würde das Ganze natürlich noch wesentlich heller werden. Und ich könnte noch mehr Puder benutzen, um das Ganze ein bisschen matter zu machen. Und selbst dann sieht das Make-up immer noch gut aus. Das ist schon krass. Wir sind noch nicht ganz durch, Freunde. Wir haben noch zwei Produkte, beziehungsweise drei für die Lippen. Ich habe einmal so ein Tinted Lip Oil ohne Farbe und zwei mit Farbe. Oh, das sind recht krasse Farben. Einmal die Farbe 4004 Coral Orange. Das ist so ein Hot Orange. Die Farbe Plum Purple. Ich trage jetzt mal Plum Purple auf, weil sie vielleicht ein bisschen tragbarer ist. Auch hier wieder Glas und ein kleines Füßchen. Da kommt nicht viel Farbe bei rum, ne? Aber zart. So ein bisschen lila Fliederflaume sieht man durch. Wir probieren jetzt noch mal die andere. Mit Squalane, Jojobaöl und Vitamin E. Oh ja, da kommt ein bisschen mehr Farbe durch. Fazit. Bis jetzt sieht das wunderwunderschön aus. Sehr frisch. Ich habe jetzt nicht gesettet. Kein großes Puder. Das ist ein sehr, sehr erwachsenes Make-up, ne? Zarte Produkte, wenig Deckkraft. Aber du kannst da trotzdem was sehr, sehr Schönes draus machen. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich bin gespannt. Vielleicht habt ihr ja schon Erfahrung mit den Typology-Produkten gemacht. Ich werde das Ganze auf jeden Fall in den nächsten Wochen weiter testen. Weil ich glaube, dass das Produkte sein können, die ihr Geld wert sind. Wisst ihr, was ich meine? Das haben wir nicht oft bei High-End Make-up, dass es wirklich das Geld wert ist. Wenn wir hier aber ein schönes Pflegeergebnis auch noch haben, das kann ich natürlich jetzt noch nicht bewerten. Dann bin ich super gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen verhält. Schreibt mir bitte unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Und wir sehen uns hier schon ganz bald wieder. Passt auf euch auf! Passt auf euch auf!